Wissen Sie noch euer allererstes Auto? Was war das? Und Ihrer? A Schäbe! A Schäbe! Was war es bei Ihnen? A Käfer! A Käfer! A Käfer! Okay, und wie hat die erste Freundin geheißen? Sechs? Es geht immer wieder, es geht immer wieder! Das nächste Lied heißt, Crazy Bout Your Baby auf Gott Deutsch verrückt nach meinem Baby. Und Mr. Big Freya und Frank singt uns dieses Lied. Und erzählt uns von seiner ersten Freundin. Er sagt jetzt Baby, weil er was auch nicht mehr bis heißt. Das nächste Lied heißt, Es geht immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020